Woran ist mit uns? Guten Tag, wer bist du? Wie heißt du? Ich bin Tobias, sein Klassenkamerad. Und wir haben uns heute verabredet. Ich möchte, dass du gehst. Ich muss mir das doch erlauben. Weil ich das trage. Da sehen wir uns morgen in der Schule. Du kommst ja nicht raus. Ach Tobias, weil du dein Leben gehst. So, jetzt kommen wir zu dir Lukas. Was ist? Solltest du nicht heute von der Schule Deutsch und Mathe und Englisch zurückkriegen? Ja. Wo ist das? Davon darf er nicht wieder so kommen. Das glaube ich dir nicht. Du musst aber so zu Ende korrigieren. Ich guck jetzt mal rein. Ja musst du eigentlich machen. Du musst eh nichts machen. Ja, tut mir leid, dass mein Auto rauskommt. Was sagen wir denn hier? Wem telefonierst du schon wieder? Tobias. Ich möchte, dass du das von dir ausmachst. Kannst du mir das machen, was das für ein Heft ist? Mein Arbeitsheft. Arbeitsheft? Ja. Da ist die ganzen Arbeiten drin, die du bis jetzt geschrieben hast. Ja. Nein. Kannst du mir das noch kurz erklären, warum dann 5 und 6 Netze drin stehen? Weil ich es nicht gelernt habe. Weil das blöd ist. Ich nehme jetzt das Handy weg. Nein. Doch. Deine Freunde dürfen mich auch nicht mehr besuchen. Du hast nämlich Stimmadress und wirst jetzt jeden Tag lernen. Nein. Ich möchte, dass du lernst, damit du eine bessere Zukunft später machst. Dass du einen vernünftigen Abschluss hast. Dass du eine vernünftige Ausbildung machst. Und dass du später richtig gut Geld verdienst bei der Arbeit. Ich hoffe, dass wir es verstanden haben. Mhm. Lernen halte ich dafür aus. Merke ich mir. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich bin fast für euch, aber ich habe.